Hallihallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Amy. Hier bin ich wieder. Tada! Heute mal mit wieder einer neuen Frisur. Was sagt ihr dazu? Mal etwas ganz Neues, was ihr von mir noch gar nicht kennt, aber ich bin ja immer für eine kleine Haarüberraschung, ob das ist, was ihr ja. Also, und wie ihr es schon im Titel gelesen habt, geht es heute wieder um ein wundervolles Tryon Haul. Heute habe ich zwei Outfits für euch und ich würde sagen, ich labere auch gar nicht großartig rum. Wir fangen ein bisschen direkt an. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr heute von mir zu sehen bekommt. Ich habe einmal ein rotes Outfit und einmal ein classy Outfit. Ich habe einmal ein rotes Outfit. Ich habe einmal ein rotes Outfit. Was sollt ihr, ist das was zum Ausgehen, falls man nach Covid vielleicht doch mal wieder ein bisschen seinen Spaß haben kann. Und jetzt würde ich sagen, erfülle ich mich direkt in Outfit Nr. 2 für euch. Und Nr. 2, vielleicht auch ein wenig gewaltt, aber Fashion Noir macht ja mal ein bisschen Allgemein nur solche Klamotten, die nicht ganz der Norm entsprechen. Und genau das finde ich auch am besten in diesem Shop. Tja, nun könnt ihr entscheiden. Das war's auch heute. Heute gebe ich euch gar nicht so viel vor, dass ihr nur zwischen Nr. 1 und Nr. 2 entscheiden müsst. Schreibt es mir doch einfach mal gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist ja auch gar nichts dabei. Wer weiß, dann schauen wir einfach mal im nächsten Video. Ich habe eine Menge bestellt. Und ich denke, für jeden ist irgendwo was dabei, was jemandem gefällt. Danke fürs Reinschalten und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.